Ich war heute auf meinem Minecraft-Server bei den Farmwelten unterwegs und hab nach Spielern gesucht, die ich ein wenig treuen kann. Nach kurzer Zeit hab ich einen relativ neuen Spieler gefunden, der in einer Höhle war und ein bisschen Zeug gefarmt hat. Als ich ihn dann eine Weile beobachtet hatte, hab ich gemerkt, dass er schon ein bisschen Erfahrung in Minecraft hat. Ich wollte dann sehen, wie gut er in Minecraft ist, daraufhin hab ich dann ein Schild hingestellt, worauf stand, bist du bereit für eine Herausforderung? Ja oder nein? Naja gut, er hat ganz einfach Ja geschrieben. Weil er noch nicht so gutes Zeug hatte, hab ich ihm einfach eine Kiste hingestellt mit ein paar Items drin, die er sich direkt genommen hat. Als er dann relativ ready war, hab ich auch direkt einen Wizard gespawnt, den er schon relativ gut bearbeitet hat, aber weil ich auch den blöd gespawnt habe und dann dachte ich mir so, okay, das sieht jetzt ein bisschen mega einfach aus, dann spawne ich einfach noch zwei weitere Wizard dazu. Er hat wirklich sein allerbestes probiert, aber naja, drei Wizard waren dann wohl doch zu viel. Danach hab ich mich ihm natürlich gezeigt und alles aufgeklärt. Ich werde ihm eine Belohnung dafür geben, dass er es probiert hat und jetzt kommt ihr ins Spiel. Er bekommt 100 Geld für jeden Like auf dieses Video und ein Item, welches durch den Kommentar mit den meisten Likes ausgewählt wird. Also, kommt auf cg.games und seid beim nächsten Mal dabei, wenn's wieder heißt... ... ...